Hey, ich bin wie immer der Seeraxx und herzlich willkommen zum letzten Part, ich nenne es mal so waghalsig mein letzter Part, lasst ihn in zwei Stunden gehen von mir aus, ich höre den letzten Part nennen. Wir fangen jetzt mit Weidern an, wir haben fucking drei Leben, neun E-Tanks, es könnte fast nicht besser sein, wir haben fast alles voll, auf geht's in die große Schlacht. Kult-Astra ist bis jetzt, ähm, bis zum heutigen Tag, also 6.1., beziehungsweise bis zum 5.1. ist er nicht weitergekommen mit dem Boss, er ist nicht fertig geworden mit dem, weil er so schwul sein soll. Und ich hab gesehen, wie schwul der ist. Ja. Wollen wir mal loslegen, ich möchte... Ah. Ja, ich hab auch so gesehen, falls irgendwas schieflaufen sollte, dass ich die Great Eight nicht nochmal machen muss. Also ich meine, wenn das Spiel abstürzt, ansonsten mach ich die nochmal. Ach du Scheiße. Ich werd ja penetrant. Was ist das denn, Plutti? Das ist irgendwas an meinem Bildschirm. Okay, äh. Würdest du aufladen? Oh, das fängt ja gerne an. Okay, ich springe ihn quasi fast in die Mundhöhle rein. Oh, der fliegt tief genug. Okay. Okay. Ja gut. Kulti hatte recht, der ist einfach. Ach du Scheiße. Hey, ich bin hier sicher. Jetzt, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's heftig. Nein. Ich hab ihn schaden gemacht. Fuck, Mann. Nein! Einer unserer Lieben ist dauernd. Okay, äh. Mein Bein juckt. Mein Bein juckt. Ein schlechtes Anzeichen. Wenn Serac's Bein juckt, dann werden wir alle sterben. Ach du Scheiße. Du, 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 du. So. Hier kann er uns nicht erwischen. gar nie kann er sich noch so bemühen wir können auch so hoch springen wie wir wollen glaube ich die box ist da geil ich bring dich ums eck weil ich finde was wir müssen also hoch genug springen aber kann es auch ein bisschen weiter nach rechts gehen was irritation so much ja hilfe ich muss sagen dass wirklich da schwul drauf dafür gibt es rache dafür gibt es so große rache da haben einen raus lässt oder ich fick dir was ich fick dir was der erste iten geht drauf und nein jetzt wird spannend lade doch auf verdammte scheiße für was bezahle ich dich du kleiner japse oh das ist ja recht unanständig gerade gewesen serax nein aha nein nicht dass man um gottes will ich werde sterben die letzten schlücke des brattapfels neigen sie auch schon um gottes willen um gottes willen um gottes willen ich bin schon leicht betörend wie betörend wie betörend ich rieche streng genau ach du scheiße e-tank bevor es schief läuft weiß der teufel wir haben sieben fucking e-tinks sechs e-tinks haben wir noch oh gottes wir haben ihn fast wir haben ihn fast ah nein punch dich hier hier komm her was was nein er fliegt nicht davon wie im zweiten teil nein nein ha 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 der war er war nicht ohne der war echt nicht ohne und jetzt warum zum teufel schneeballschlacht auja ich bin sowas von tot was gibt es hier einfach mal gar nichts gut ich habe ihn noch nie zuvor gesehen außer vor ein paar jahrhunderten als früheres let's play jay war ein paar e-tanks aber ich glaube das kann hier lange dauern mit fahren da müsste doch irgendwas rausfallen klar wir haben noch fucking sexy e-tinks das müssten wir hinkriegen irgendwie aber um gottes willen ist es nicht ein bisschen zu hoch getriffen so ich habe kein zeug mehr ich kann mich nicht mehr pushen jetzt kann ich nur noch schwächer werden oh mein gott was zum wo ist der sack ich habe ihn gerade gesehen ach du scheiße da unten das ist gay oh jetzt nein ich hätte ihn theoretisch getroffen hallo schmuchtel warum ist der kerl immer noch da unten das wird so haarig scheiße da macht auch so viel schaden das ist unfair alter was bitte sag nicht dass ich nicht die waffe mal gegen ihn habe pharao vielleicht das ist so hart man das ist unfair da sage ich wirklich selber es ist unfair what the fuck nein fight man ist leer man warum bringt er so eine scheiße wie mache ich den kerl ich weiß es gar nicht mehr war fight man war es auch nicht pharao kann es nur sein es hat tatsächlich schaden gemacht es macht guten schaden nein ich habe auch kaum mehr wenn der pharao zu ende geht da bin ich sowas von tot warum bin ich jetzt als normaler megaman unterwegs ich habe ihn fast ich habe ihn fast oh gott noch ein e-tank noch ein e-tank noch ein e-tank nein warum wieder normal ich habe ihn fast ich habe ihn fast oh gott wo bist du sackfresse komm kämpf mit mir ja jetzt habe ich dich du kleine nutte ja sag weiter komm her es fühlt sich so gut an was 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 zum teufel hä hm die spuchtel hat noch ein petto im ärmel meine güte was ja klar 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 nein 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 um gottes willen schießt es ab und tötet es mit feinen bogen am besten wie die wilden schießt es ab und tue das 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 kappel wir haben mich mit vier durchgespielt Baby, yes, bitches. Oh, Bambu? Bambu? Toll. Wer ist das? Es, Kopashi, Enough King. Und Enough King ist wieder da. Ob-Check, Designer. Wir fahren ein bisschen Zug. Megaminster. Warum hat er denn nicht blaue Haare? Toshi-chan. Zizi. Tzatziki. Tzatziki-Creme. Mit Knoblauch immer. Ka-ha-yato-iki. Iki, Iki, Iki. Squirrel, Designer. Oh, eine Stadt im Hintergrund. Ich werde feucht. Mach-chack-o. Mami-mo. Momo. Momo von der Mami. 21. Takap. Takap. Takat. Special Designer. Yatsuki. 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 Enough King. Der wasnat King. King. Is king enough. Komposer. ojalin bun 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 warum nicht bin bin wo kremer so schau mal die hügel und bäume und die schönen berge so ist es schön tk tk rutschung ok und der scheiß köter sind auch da wo ist das da leid er geht sich wahrscheinlich ein dicksten starf meine lieben nummer 25 point man yoshi takai no moto fick dich du kure blödes arschgesicht nur 29 totman atzushi ozuka nummer 27 schwimmen was sei juki weiß der teufel was irgendwas mit diamant und die nummer 26 faromen takai yuki ebara der ebara ah ja das arschloch ringman nummer 28 hier obi ich hier da ich blicke dich da nummer 30 das man juzuki muru murata er wohnt wahrscheinlich totalen schrott und es wollte er sie hat ja der penis mit dem kopf der penis mit dem kopf ja nummer 31 die juki mich ja hier oh ja als dieses kommt let's play megaband fünff oh ja ja zwischendurch oh itoshi yoroshima schon wieder ich habe mich schon wieder diesmal war es sogar schon ich ich lese schon wieder joshin trägt bitte den typen um dessen namen anhört wie joshin am anfang wir sind es bei dem weihnachtsmann den kaiser von china angela merkel eddie hey eddie ja ihr dürft euch auf megaman 5 freuen und dann megaman 6 und dann kommen schon die warte mal megaman 6 war ja megaman 6 war noch für den nes und dann kommen schon die scheiß gameboy teile ich würde alle let's playen es wird furchtbar auf jeden fall die classic megaman gameboy teile gameboy original also gameboy classic gameboy color ansonsten mehr nicht und dann wird es mit megaman 7 abgeschlossen und dann geht es mit megaman 8 9 und 10 weiter 9 und 10 muss sie noch um orgi organisieren kostet ja auch alles geld aber ansonsten will ich euch nicht voll labern ich hoffe es hat euch gefallen hinterlasst ein kommi daumen weiß der teufel wenn ihr frisch da seid mich gerade gefunden habt hinterlasst doch bitte ein abo würde mir sehr 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 helfen das ist sogar das erste mal wo ich das sage abonniert mich meine schlingel kauft alles was ich besitze tatatatatata preiset mich an verkauft eure seelen gebt mir eure seelen äh ich höre schon auf dann bis zum nächsten mal meine lieben damen und herren ciao ciao und auf wiedersehen ein tolles projekt war wie immer eine ehre auf wiedersehen meine